Ja, und dann geht es jetzt weiter mit Mysteriöse Mysterien, Mysterious Mysteries und der Dip-Klon, Future Dip. Future Dip. Wie fandest du die Folgen denn? Lass mich kurz in meine Sendungsnotizen sehen. Du meinst, du liest im Episode für euren Nachbarn, worum es ging? Nein, ich habe mir wirklich Notizen gemacht. Mysteriöse Mysterien. Ja, fand ich die erste Hälfte wirklich gut, die zweite Hälfte wirklich schlecht. Ja, es ist irgendwie so... Es hat sich irgendwie so eingependelt. Man merkt, dass man so aus diesem Act-X-Zeitalter gerade so rauskommt. Und das ist irgendwie heute peinlich? Ja, ein bisschen. Ja. Story, kurz zusammengefasst, fand ich eigentlich ganz, ganz geil. Der Sendung Mysteriöse Mysterien, die ja Dip sehr gerne sieht, geht das Material aus. Deshalb wird Dip's Material jetzt gezeigt, wo er quasi Sim aufnimmt und zeigt, dass es Lailen ist und that's when things got weird. Ja. Ich mochte Gasswede an dieser Folge. Ja, sehr. Und Gia, aber die sind ja auch die besten. Schön fand ich's in der Folge, dass sie damit anfängt, dass Mysteriöse Mysterien einen Beitrag über einen Sektenführer zeigt, der aber nur quietschen kann wie ein Schwein, wo wir wieder die Verbindung zu den Schweinen haben. Mysteriöse Mysterien über Schweine. Ich weiß nicht, was das mit den Schweinen ist. Naja. Wenn wir das nur wüssten. Außerdem fand ich schön, dass Gyr, als er interviewt wird, anonym bleiben soll und deswegen Stacy genannt wird. Und Gass nicht Gass genannt wird, sondern Dips Scary Sister. Ja gut, das ist aber auch die perfekte Beschreibung, oder? Ja, natürlich. Ja, und sie ist ja auch die Tochter von Professor Membrane. Huhuhuhu, sehe ich da, sehe ich dich da gerade eine, eine, eine Überleitung zimmern? Ja, ich habe mir gerade für den Daumen geschlagen dabei. Und der hat nämlich eine Erfindung gemacht in der Dip-Klon. Und zwar einen Generator. Ja, einen permanenten Energiegenerator. Der macht Energie permanent und man braucht keinen Strom mehr. Ja, braucht man dann auch nicht mehr, wenn man den anschaut, weil der zerstört dann die Erde. Ja gut. Tschernobyl-Style macht er alles platt, wenn er nicht richtig eingestellt ist. Das passiert halt. Aber es gibt zum Glück nur eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Sim will die Wahrscheinlichkeit aber ausnutzen und will endlich diese lästigen Menschenwesen beseitigen. Vernichtern! Genau. Ja, aber dann kommt Dip und will das verhindern. Sims Plan ist eigentlich ziemlich durchdacht, nämlich er erzeugt einen ferngesteuerten Dip-Roboter-Ton, um Dip zu verdingsen und sperrt ihn dann, also Dip den Original-Dip, in einen Käfig mit einem Affen und dem wunderschönen Satz Gerr, lass den Affen los und ich fand diesen Affen wieder so schön hirnrissig. Der war vortrefflich, der Affe. Weil der Affe und der Original-Dip sich quasi die ganze Sendung überprügeln und probieren gegenseitig mit Tollwut zu infizieren oder so. Ja. Vermutlich hat Dip mehr Tollwut als der Affe, aber wer weiß das schon. In einem kleinen Flakon aus dem Labor. Ja, aber leider war das für mich auch schon wieder das Highlight dieser Folge. Jawohl. Ansonsten fand ich den genau, ich fand sie ein wenig ja. Ja. Schöne Idee, schlechte Umsetzung. Ja. Aber der Affe war toll. Oh ja. Wo wir gerade von schöne Idee, schlechte Umsetzung sprechen, kommen wir doch nun zu Folge 16 Planet Hobo 13. Hobo 13. 13. Und Sims großer Tag Walk for your lives. Ich mag den Titel. Ja. Ja, kennst du den Planeten Hobo 13? Warst du da schon mal? Leider noch nicht. Sim will weitere Ausrüstungsgegenstände für seine Mission Erde haben. Er funkt deshalb auf seinen Heimatplaneten, aber die schicken ihn erstmal zu Ausbildungsgründen auf dem Planeten Hobo 13, was quasi nichts weiter ist als so ein Survival Fernseh Spiel. Ja. Ja, wo quasi dann auch gegen, eigentlich großteils Gegensinn gewettet wird, dass er, ich habe eine kleine Fliege auf meinem Mikrofon sitzt, dass er stirbt. Ja, er macht's nicht. und Gir will auch Ausrüstung, nämlich einen kopflosen Clown, was ich vortrefflich toll finde. Gir ist toll. Kopflose Clowns sind sowieso toll. Ja. Und Burritos. Hm, kopflose Clown Burritos. Om nom nom. Ja, aber Sim ist diesmal gar nicht so unfähig wie sonst. Gut, er opfert ein paar Leute, aber... Er opfert quasi das gesamte Team aus Versagern, das er zur Verfügung gestellt bekommt auf Planet Hobo 13 für den Sieg in dieser Sendung, was, glaube ich, nicht Sinn des Ganzen war, so scheint es zumindest, was aber auch nicht richtig ausgearbeitet wurde in der Sendung, wie ich finde. Ja. Bei mir rupt's schon. Schön, schön. Aber mal ehrlich, du hättest doch auch die anderen geopfert, oder? Ich fand den Kopfschmerz Alien. Ja, ich mochte den auch, aber ich hätte ihn auch geopfert, was soll das? Okay. Ob sich aber das auf den Rechenschaftstag auswirkt, das weiß ich natürlich nicht. Das weiß niemand so genau. Den gibt's in Sims großer Tag. Und Sim hat's geschafft, er hat Dip besiegt und in einer Raumzeitblase gefangen. Und die Zeit läuft da sehr langsam. Ja, und er will jetzt halt, weil es ja die Bewertung durch die Allmächtigen Allergrößten ist, will er an seinem gefangenen Gegner Experimente vollführen. Diesmal ist Sim wieder unfähiger. seine Gerätschaften explodieren und es kommt zu einem Feuerball, der sich durch die Raumzeitblase sehr langsam ausdehnt. Ja, Sim will das ganze Zeug loswerden. Und auch das klappt nicht ganz so wie geplant. Meine Notizen zu dieser Folge sind Sim legt die Erde in Schutt und Asche mit einer Explosion, aber ich habe nicht kapiert, wieso. von den Folgen sehr lang. Also das fand ich wirklich die schwächste von den vier Folgen. Ja, die hätte gut sein können, so diese Rechenschaftsidee, aber die Richtung überhaupt weitergeführt? Nein, das ist es ja, die Richtung, die das der ganze Zeit eingeschlagen hat, das hat für mich jetzt auch nicht wirklich Sinn ergeben. Ich meine, es macht ja nichts, wenn das Ganze nicht Sinn ergibt, wie kopflose Klauen Burritos, aber das hier war wirklich, ich war jetzt auch von Hobo 13, das nicht so super begeistert, das war eine nette Folge, aber tatsächlich hier doch relativ schwach. Ja. Ja. Dann gucken wir mal, ob der Megaduba und die Kopfläuse auch relativ schwach sind. Denn jetzt in Folge 17 hier spricht das Irken Oberkommando. Wir untersagen hiermit ausdrücklich jede weitere Diskussion über diesen ineffektiven Licht Sinn. Ab jetzt wird dieser Podcast nur noch Qualitätsmedien besprechen. Aus diesem Grund haben wir Invedadela entsandt, die von nun an die Kontrolle über diesen Podcast übernehmen wird. Heil Invedadela, Heil Honklet. Wohahahahaha. Hallo meine willigen Sklaven. Wir hatten ja gerade schon geredet über Experimente mit Gefangenen durchführen. Und da ich euch mag, habe ich beschlossen, dass ihr noch eine Chance auf überleben habt und euch in meinem Imperium hochdienen könnt, wenn ihr wollt. Aber da habe ich natürlich ein paar Prüfungen für euch vorbereitet. Und ich dachte mir, was ist das Schlimmste, was man euch Menschen antun kann? Und relativ weit vorn rangiert an Rollbleck. Sehr langsam. Hallo ihr zwei. Hallo Schick. Tag. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was jetzt kommt. Na gut, dann frage ich erst mal, was hast du denn so gemacht, seit unserer letzten Aufnahme? Gliederin gehegelt und Bücher gelesen und gefrucht und geweint. Also alles wie immer. Genau, um es zusammenzufassen. Dann ist es ja gut. Und ich habe Insektenspray empfohlen bekommen von Amazon, weil ich ganz viele Bücher über Monsterinsekten gelesen habe. Das war auch lustig. Monster Insekten. Da muss ich vorbereiten, der Sommer kommt. Aber in meinem Insektenhotel ist noch niemand eingezogen, das kann ich vermelden. Da muss er die Preise runtersetzen. Ja, ab und zu guckt einer sich mal die Zimmer an, aber vermutlich ist es noch ein wenig zu frisch, das Holz. Gebt mir noch ein paar Monate, dann bin ich klein genug, dann ziehe ich ein. Dann kläre ich aber vorher nochmal ein bisschen aus. Ja, ich habe mir gedacht, ich quäle euch heute ein bisschen. Das machst du immer. Okay. Ich möchte quellen. Ich habe schon angefangen. Guck, blablabla. Meine Idee war ja vor ein paar Monaten schon, eigentlich ist das bestimmt schon so alt wie der Podcast, dass ich euch irgendwann mal mit Roy Black quäle. Und ihr wart ja dumm genug, euch drauf einzulassen. Wir waren dumm genug, uns auf diesen Podcast einzulassen. Ist da nicht mehr viel Luft. Ja, so sind wir. Dumm. Hattet ihr denn da schon mal Kontaktpunkte mit, jetzt unabhängig von solchen Zwangsaktionen? Natürlich. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ein Schloss am Wörtersee. Habe ich bestimmt mal geguckt. Ich habe jedenfalls dunkle Erinnerungen dran. Dunkle, dunkle Erinnerungen. Ja, daher begeben wir uns ja heute auch. Unter anderem. Unter anderem. Ach stimmt, ja, jetzt wie du sagst. Ich muss mal blöd fragen, war einer von euch schon mal in der Ecke dahinten, weil ich war da noch nie. Ich glaube, in der Ecke war ich tatsächlich schon mal, aber das ist 20 Jahre her. Oder noch länger. Ich muss googeln. weiter. Nee. Ja. Ach das ist ja ganz hinten. Was Lieder, aber sie kommen vor vor mit 30. Ja. Vermutlich liegt das an dem Blut, das einem aus den Ohren läuft. Ja, wenn es wenigstens auch in die Augen lief, dann würde man wenigstens das Elend etwas schlechter sehen. Aber nein. Nein, 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 nein. Naja, wie gesagt, ich habe uns zwei Filme ausgesucht gehabt, nämlich Hilfe, ich liebe Zwillinge und Kinderarzt Dr. Fröhlich. Den Dr. Fröhlich hat sich bis jetzt nur der Händler ja angeguckt. Aber ich glaube, es ist auch so schlimm genug, dass wir da ein bisschen überpilasifieren können. Ich habe viel verdrängt in sehr kurzer Zeit. Ich auch. Jetzt kurz noch mal hier meine Notizen. Und wir hatten schon Glück, weil wir es uns erspart haben, den dritten Film zu gucken, weil wir den nicht mal rechtzeitig organisiert getrunken. Eigentlich ja, ich habe ja den dritten Film geguckt, weil ich den anderen nicht hatte. Aber sonst wäre es ein sehr langer und sehr betrunkener Abend geworden. Oh ja, das war so schon Schmerzgrenze für mich, weil irgendwann es ohne rum einfach nicht mehr ging. Ich habe es irgendwann geguckt, als ich wieder mal nicht schlafen konnte, so mitten der Nacht im Halbschlaf. Und das ging dann eigentlich, nachdem die Ohren bluteten. Besser als jeder Zombie-Film. Anders. Genauso menschenverachtend, aber anders. Regie hat Peter weggeführt. den kennt man das war seine erste Regie Arbeit. Den kennt man aber als Schauspieler vielleicht. Ich heirate eine Familie und viel 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 anderen Zeugs. Ach, der lebt noch. Naja, ob man das Leben nennen kann. Das kann man bei uns auch nicht unbedingt sagen. Wir behaupten das ja auch nicht von uns. Stimmt. Ja, sein zweiter Film war dann Nachbarn sind zum Ärgern da. Das ist sehr deutsch. Ja. Wenn mein Schätzchen auf Pauk Mensch, ärgere dich nicht. Ja. Und er hat einen Tatort gemacht. Aber gut. Und anderes. Ja. Und er spielt hier den Hotel Rezeptionisten. Ah. Genau, der ist das, der sich so bestechen lässt. Ja. Wer gibt uns den Inhalt, denn ich habe keine Lust. Wir machen das zusammen, würde ich sagen. Genau. Roy Black. Genau, ich hatte mir kurz aufgeschrieben, Roy Black spielt einen Modefotografen namens Andy Hart, der von Hannah Peters, gespielt von Uschi Glas, heimlich Fotos machen soll. Das ist schon so als Beginn einer Story. Das ist noch der harmlose Anfang. Gibt sich dafür als Rennfahrer aus, denn sein, ich weiß nicht, Onkel? Onkel Fritz, ja. Onkel Mohrenkopf ist Techniker in einem Rennstall. Das geht völlig nach hinten los, die Frau Peters flieht quasi zu ihrer Zwillingsschwester Renate in eine Hotelfachschule an den Wörthersee. Der Fotograf reist hinterher und es beginnt jede Menge Verwechslungsgedürms. Und der Onkel kommt mit, weil er in seiner Funktion als Erfinder und Techniker ein super Spezialmittel erfunden hat und das in den Tank gekippt hat. Mob ist frei. Genau. Er erwartet eigentlich, dass das Ding hochgegangen ist und erwartet Ärger, weshalb er sich jetzt lieber ganz schnell aus der Stadt verkündet. Aber Tatsache ist, es hat eigentlich sogar ganz gut funktioniert. Ja, aber das glaubt er ja nicht, weil keiner würde das glauben. Ich meine, bei dem Mann explodiert der Kaffee. Bei mir auch. Ja gut, du bist ein Sonderfall. Ein Sonderfall ist dieser Film leider nicht. Die sind glaube ich aus der Zeit alle so. Ja. Ja, oh ja. Also, ja. Also, es kommt mir vor wie Schulmädchenreport mit weniger Titten. Mehr, aber mit mehr sportlicher Betätigung. naja. Dazu müsste ich mir die nochmal angucken. Was mir aufgefallen ist, was ich wirklich sagen muss, also jetzt mal von Uschi Glas abzusehen, die war scheußlich, die ist scheußlich, die wird immer scheußlich sein. Jawohl. Ja. Die anderen Weiber, die da so rumlaufen, ich muss schon sagen, es war nicht alles schlecht. Aber der Film ist in so vielen Punkten so schrecklich übergriffig. Also nicht nur mit der Grundprämisse, sondern überhaupt. Und da hast du nur diesen Film gesehen, was denkst du, wie schlimm der andere wird? Ich wollte ihn nicht küssen, da schmiss er mich ins Wasser mit Klamotten. Ach, so schön brutal, auf sowas stehe ich ja. Oder wenn der Schuldirektor Uschi Glas im Zug trifft, die er für die Lehrerin hält, aber also die andere, es ist, ach, sie lesen den Playboy. Also da in dieser Szene war schon, die Oma, die draußen steht und zuguckt, während er da rumfällt. Da muss ich euch tatsächlich auch mal fragen, unabhängig gesagt, das sind ja ja auf einer Seite, aber wann habt ihr überhaupt das letzte Mal in eurem Leben irgendjemanden den Playboy lesen lassen sehen? Das war letzte Woche, da wann ich diesen Film geguckt habe. Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal so eine Zeitung in Aktion gesehen hätte. Also außerhalb des Regals. Also mich würde jetzt interessieren, seit wann es den Matador nicht mehr gibt. Das war die letzte Zeitung, die ich derart öfters mal in der Hand hatte. Sagt mir sogar was. Aber das ist auch bestimmt schon wieder 50 Jahre alt. Ich meine, das Internet hat das alles kaputt gemacht. Gut, der Playboy war ja eh nur wegen Interviews interessant. Und wegen den Kindgeschichten. Seit 2008 gibt es den Matador nicht mehr. Oh Gott, bin ich alt. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ich glaube, der Mann mit der Kettensäck ist wieder da. Nee. Fack ihn doch endlich mal, ob er reinkommt und den Engel in dein Ende nach. Nein. Was ich hier aber auch noch sehr lustig fand, war die Fatsache. Wir reden uns ja heute immer gerne auf über Produkte und solche Kaffee. Die Kelle Kaffee war schon sehr selten platziert, oder? Ja, auch die ganzen Werbedinger auf den Rennwegen, auf der Rennstrecke. Ich muss mal mein Fenster zumachen. Also es gab durchaus... Sieht aber auf jeden Fall noch Kettensäge als noch Seitenschleife, oder? Ich hätte auf Hochzug rein getippt. Oder sowas, ja. Ach ja. Aber schön fand ich dann den Satz, entweder der Wagen läuft oder sie laufen und ich mit Knüppel hinterher. Jetzt haben wir ja gerade schon uns über die durchschnittlich attraktiven Weiber unterhalten. Was haltet ihr denn von unserem Hauptprotagonisten von Roy so optisch? Dem harten Andi. Ja. Ich möchte nicht darüber nachdenken, was an dem hart ist. Nein, nein, nein. Die Frisur. Also, ich weiß nicht. Ich war jetzt nie so der Fan von Roy Black optisch auch. Das Schlimme ist, und ich bin ja, ich hab wirklich ja sowieso keinen Geschmack, das wissen wir alle. Ja, wissen wir. Ich glaube, wenn man diesen Menschen mal irgendwann in seinem Leben und in seiner Karriere in vernünftige Klamotten gesteckt hätte, wäre das gar nicht mal so schlimm. Das sieht ja gar nicht mal scheiße aus. Aber meine Haaren sind die Klamotten geschmacklos. Das waren die späten 60er. Aber alle anderen in dem Film laufen wesentlich weniger geschmacklos rum. Und die laufen schon geschmacklos rum, aber weniger. Also, weißt du was, ich würde sagen, in den richtigen Klamotten wäre so ein Hasselhoff aus Knight Rider Zeiten so ähnlich. Ja, nur mit mehr Grübchen im Kinn. Und weniger aufgedunsen. Ja, gut, Knight Rider war auch nicht ganz so aufgedunsen. Der Mann braucht vor allem einen Haarschnitt. Ach, ja. Also, jetzt nicht mehr. Es ist ja schon ein bisschen tot. Ja, oder jetzt wieder, je nachdem. Nach. Nee, 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 Konntet ihr so richtig den Dialekt zuordnen? Weil ich weiß nicht, ob der Dialekt, den er da so bei sich dreht, ob der da wirklich in die Ecke gehört, oder? Keine Ahnung. Zuordnen nicht, dafür ist es zu hochdeutsch, aber man merkt schon, dass es irgendwas aus der süddeutschen Ecke ist, sag ich mal. Ja, das würde ich auch sagen, weil das passt ja auch zum Schlager-Image natürlich. Ja, und auch zu dem Geburtsort Augsburg. Ja. Ja, ich hatte halt überlegt, ob er sich quasi für die Rolle im Dialekt zugelegt hat, weil er eben so schwach war, oder ob der einen hatte, das weiß ich halt nicht, aber... Da alle Filme, die ich mit ihm gesehen habe, so ein bisschen so Dialekt gefärbt sind, glaube ich schon, dass das Original ist. Und was haltet ihr denn von Uschi Glas? Gehen wir weg. Ich meine, sie ist ja bekannt geworden aus den Winnetou-Filmen, wo sie, ich glaube, das Pferd gespielt hat, und dann, ja, ist sie irgendwie geblieben, und ich verstehe nicht, wieso. Als Stunt-Double von Unser-Charlie, okay, aber so? Nee. Nein, vor allem ganz ehrlich, ich meine, wie gesagt, bei den anderen Reibern kann ich sagen, die waren ja teilweise wirklich echt hübsch. Und klar, die Mode hat sich veröffnet und so weiter, aber das sah größtenteils ja echt vernünftig aus. Aber bei der, die hat man ja tatsächlich angeblich irgendwann mal akkrativ gefunden. Und das geht mir überhaupt nicht unter. Also selbst für damalige Zeiten. Ja. Ich weiß auch nicht. Weder ist die eine Schwester oder ist die andere. Ja. Die zweite Verwechslungsebene in dem Film, nämlich mit dem Erfinder, der sich als Kochlehrerin ausgibt, fand ich um einiges hübscher. Oh ja, auf jeden Fall. Ja, es war natürlich so. Und helf dir mal mit dem Schauspieler. Wer ist denn das? Ich kenne den. Georg Tomala. Ah, okay, aber da ist mittlerweile hin, ne? Schon seit 1999, ja. Ja, der hat unheimlich viel gemacht. Ich sehe gerade die Filmografie und ja. Von 1939 an. Okay, dann brauche ich mich nicht rum. Zum Beispiel hat er gemacht 1957 Tante Wanda aus Uganda. Okay. Er war schon auf eine gewisse Art von Rolle festgelegt, wo du dann rauskriegst. Ja, meine Tante, deine Tante. Ich kenne den aus irgendwelchen anderen solchen Dingen, wo er sich als Frau verkleidet. Oh ja. Aber ich muss wahrerweise sagen, er gibt eine passende Frau ab. Das stimmt. Immer Ärger mit Hochwürden. Das kenne ich. Ja, wenn Ludwig ins Manöver zieht. Heute ist das alles lang. Ja, das ist echt ewig hier. Oh Gott, was ist das? 1979. Schimpo, was macht ein Aff in Afrika? Ich möchte das fast nicht aufmachen. Ich weiß es nicht. Es hat zum Glück keinen Wikipedia-Eintrag. Und das will was heißen. Ja. Aber ich muss sagen, die Szene mit dem Kaffee und vor allem die Szene mit dem Pfannkuchen, die war schon nett. Ja, die Pfannkuchen-Szene hat mir aufgefallen. An dieser Stelle Grüße an den Ralf. In etwa so stelle ich mir das vor. Du stellst dir den Ralf vor wie ein Pfannkuchen? Im Kleid. Ach so. Und Schürze. Und vielen Flammen drunter. Also irgendwie habe ich mir den Ralf noch nie im Kleid vorgestellt. Immer nur nackt, aber das ist eine andere Geschichte. Aber das Geilste war ja dann, dass sich der, was ist es gleich, Öl-Magnolk oder was auch immer, sich dann instantan in ihn verliebt, weil er eben so tolle Kunststoffe herstellen kann. Ich glaube, das kommt auch noch ein bisschen aus Kriegszeiten, aber fand ich gut. Sein Mobis 3 kann ja echt alles. Also das Auto fährt schneller, er kann tolle Kunststoffe machen und kochen knapp auch war es Wix. Aber wisst ihr, was meine Lieblingsfigur war? Ja. Ratet doch mal. Der Hausmeister. Jetzt sag es aber nicht der Gärtner. Der Hausmeister, genau. Nein. Doch, der ist voll toll. Ich muss immer lachen bei dem Film, weil dieser Hausmeister sieht genau aus wie mein ehemaliger Nachbar. Aufs Haar. Nein, aber der ist so cool, der ist so brüttelig und hat ja aber trotzdem doch irgendwie das Herz am rechten Fleck und macht sich Sorgen um die arme Dame und... Ja, und sie redet eben eine Krankheit ein. Aber ich habe sie doch gerade da draußen gesehen. Oh je, das ist aber schlimm. Was ich noch festgestellt habe der Film ist um einiges unterhaltsamer, wenn man tatsächlich mit so Gastro-Appen, also ich rede jetzt nicht von denen, die jetzt als Küche oder als Kälter oder was auch immer arbeiten, sondern wirklich von den Inhabern oder ähnlichen, wenn du mit denen öfters mal zu tun hast und du weißt plötzlich, das sind tatsächlich solche Knallköpfe. Also ich könnte ohne Scheiß, so schlimm das klingt, aber ich könnte mir den Schuldirektor tatsächlich voll in der echten Welt vorstellen. Okay. Das Schlimme ist ja. Und zwar in seiner ganzen schwierigen übergriffigen Ja. Ja, der ist wirklich so ein komischer notgeiler ich weiß es nicht. Möchten sie eine Zigarette? Ich rauche nicht. Haha, ich habe sie doch gestern gesehen. Oh Gott. Grusel, Grusel. Aber auch wenn es durch die Glas ist, Frauen, die affektiert, wenn nicht affektiert, aber entsprechend emotional eine Zigarette ziehen können, das hat schon was. Ich möchte jetzt auch einen Schreibmaschinen Kurs. Das habe ich auch nicht verstanden. Warum braucht Gastro Schreibmaschinen Kurse? Das ist nicht mal das Problem. Warum machen die das draußen? Und warum sinkt er? Weil es an der frischen Luft ist. Ja, das weiß ich eh nicht. Nein, ich will es auch gar nicht wissen, warum er singt. Aber wahrscheinlich singt er, damit sie sich in ihn verliebt und es klappt ja auch. Also die werden jetzt. Die andere denkt, hey, den verarsch ich mal. Ach, ach, ach. Das ist alles ganz schlimm. Aber trotz allem muss man sagen, also es ist alles schlimm, brauchen wir überhaupt nicht zu reden, aber es hat ja trotz allem so zwei, drei progressive Dinge drin. Also ich meine, ich meine, alleine die Tatsache, die Verwärtsinhaberin da, die Fotos haben will, klar, ist eine Arschku, aber ist zumindest schon mal deutlich so guter, als wenn es ja eigentlich zurechnen würde. Ja. Und was ich auch ganz niedlich fand, war ja dann, als der Amerikaner dem verkleideten, als Frau verkleideten Typen einen Antrag macht. Ich sehe bestimmt gar nicht, er macht den Antrag nicht dem als verkleideten Typen, sondern dem Direktor, weil er ja, und das kann man ja wieder schützen, seine Arbeitskraft quasi abwerben und um deren Hand anhalten möchte. Ähm, aber dann kommt es ja dann zu diesem Gespräch, ja, aber ich kann sie doch nicht heiraten. Ja, aber, 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 ja, aber die Leute sind doch heutzutage immer noch recht rückständig trotz allem. Das fand ich ein grandioses Gespräch. Übrigens gespielt von Eddie Arendt, den kennt man ja auch. Der hat ja auch Unmengen gemacht. Unter anderem auch einen Winnetou-Film, aber ich glaube einen ohne Uschi-Glas. Er war auch dabei in Nachbarn sind zum Ärgern da. Hilfe, die Verwandten kommen, das versteht jeder. Grün ist die Heide und blau blüht der Enzean. Und das Go-Go-Girl vom Blow-Up. Okay. Der Fluch der gelben Schlange, also Edgar Wolle hat er auch gemacht, der Hexer, das indische Tuch. Keiner hat das Pferd geküsst, das ist glaube ich nicht Edgar Wolle. Nein, das ist dann wieder Uschi-Glas. Ja. Der Sündenbock von Spatzenhausen klingt genauso komisch. Und passend dazu natürlich noch der Frosch mit der Maske, also ich glaube er hat in vielen Tierpornos mitgespielt. Oh je. Es ist schon alles. Ja. Unsere Tante ist das Letzte, hat er auch mitgemacht. Oh, und in dem Klassiker Lady Dracula. Da hast du auch 3 Milliarden davon. In dem von also 1975 aber erst 1978 erst uraufgeführt worden, das hat schon wahrscheinlich Gründe. Ich würde tatsächlich mal interessieren, wie viel dieser Schwachsinn gekostet hat. Und ob das zu damaligen Zeiten für deutsche Filme teurer war oder nicht. Du hast ja eigentlich keine Kosten, du hast einen Schauspielkast von 5 Mann. Naja, du hast schon ein paar mehr, aber die meisten spielen ja eh nicht. So, und die Gelände, sag ich mal, die Außenaufnahmen waren ja, die Landschaft ist ja eh da, da brauchst du ja nicht großartig was an Bühne bauen, sag ich mal. Wiss ich nicht. Da hab ich nichts zu gefunden. Aber ist auf jeden Fall so erfolgreich gewesen, dass man zumindest den Namen von dem Film schon mal gehört hatte. Ich sehe hier gerade was, also er ist ab sechs Jahren freigegeben, aber nicht feiertagsfrei. Was? Das scheint also wie das Leben des Brides und Heidi sowas zu sein, dass man nicht an diesen tanzlosen Feiertagen gucken darf. Ja, weil er singt bestimmt. Ja, oder weil Uschi Klaas den Playboy liest. Kann auch sein, Dreht sich Jesus am Kreuz um. Passend dazu, also der evangelische Filmbeobachter hat über diesen Film geschrieben, deutsche Dutzendklamotte, in der Roy Plek dadurch in Verwirrung gestürzt wird, dass sich Uschi Klaas in einer Doppelrolle als Fotomodell und Lehrerin präsentiert, für bescheidene Ansprüche. Ja, das würde ich so unterschreiben eigentlich. Wo ich noch ein bisschen gezuckt habe, es gibt ja dann diese Casino-Szene, wo dann die in einfachen Strichen böse Schwester ihr Geld raushaut und so weiter und sie unterhalten sich dann so teilweise um die Gehälter. Ich weiß nicht, ob es echt so ging, aber ich hab da doch schon gezuckt. Wenn du überlegst, dass die 1960 oder wann ist der Film? 69. Dass die 1963 schon noch mehr verdient haben, als ich jemals, das ist traurig. Ja, aber damals war das auch noch D-Mark. Huch. Die hab ich überhaupt nicht im Kopf, diese Szene. Das ist so die Auflösung, wo er es dann das erste Mal so richtig begreift und ihr dann, also der Anderen dann im Wald hinterher rennt, was auch überhaupt nicht creepy ist. Nein, gar nicht. Und sie dann zwingt, eine Zigarette zu rauchen, um seine Theorie zu bestätigen. Macht er das nicht das erste Mal bei dieser Autofahrt? Nee, vorher schon. Dann habe ich Aussätze. Das kann dir keiner verdenken. Das ist auch, ja, wundere dich nicht. Und habt ihr verstanden, wie dieser komische, andere, schmierige, blonde Typ da reinpasst? Welcher? Ja, eben, das ist ja das, was ich dich gerade frage. Ich habe nicht verstanden, ob das jetzt ein dazugehöriger Bruder ist oder ob das so ein schmierlappiger Zucker-Daddy ist. Ich habe das so interpretiert, als wäre das der, ich weiß nicht, ob wir vom Gleichen sprechen, als wäre das der Freund von dem Fotomodell. Ja, ob der so richtig der Freund ist oder es nur gerne wäre, ist eben Zweifel. Aber da wir hier von Grenze zu ungesunden Regionen reden, schließt das ja nicht unbedingt aus. Ich hätte eher sowas gesagt wie Dingsbums. Ja. Mir fällt das Wort nicht einerweise so gut. Mehr Bums als Dings wahrscheinlich, aber Dieter Kaiser. Also der Film hatte wohl damals hier in der Bundesrepublik zweieinhalb Millionen Besucher. Ich habe gerade geguckt in den Top 100 deutschen Filmen seit 1963. da ist er nicht mehr dabei. Aber er kann nicht so allzu viel weit tief drunter unten drunter sein. Ich möchte euch aber auch mal so ein paar dieser Filme aus dieser Liste nennen. Auf Platz 100 ist All Sure Hand. Okay. Otto der Liebes Film auf Platz 97. Auf Platz 99 übrigens Werner volles Rohr. Was haben wir denn Schönes noch? Auf Platz 74 Schulmädchen Report Teil 3. Der Hausfrauen Report ist auf Platz 72. Und Oswald Kolle dein Mann das unbekannte Wesen auf Platz 71. Auf Platz 69 ist auch Oswald Kolle zum Beispiel Irrbruch und dazwischen ist nur Heinchen. Übrigens seid mir dankbar ich hätte euch auch mit Heinchen quälen können. Ja wer weiß wie lange dieser Podcast noch läuft nicht mehr lange. Was hättest du dir ausgesucht? Oh bei Heinchen bin ich nicht selber so richtig gut zum Bild aber ich habe auf jeden Fall noch ein Projekt auf halte womit ich euch auf jeden Fall noch quälen gerade und wenn ich diesen Podcast nicht dann zwinge ich euch in den Dela Soster Cast denn wir müssen dringend über Freddie Quinn Filme reden ich ignoriere einfach mal weiter und das Boot ist auf Platz 53 auf Platz 48 ist Las Juken Kumpel Platz überhaupt nichts man kann sich aber schon denken was es ist oder auf Platz 6 das ist irgend so was so diese wie hießen die dann diese bayerischen Pornos Schulmädchen Report Teil 2 ist auf Platz 46 Hurra die Schule brennt ist davor Winter Teil 3 Ödi Pussy Der Untergang Christiane F Die Unendliche Geschichte Werner bla 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 Jetzt sag mir bitte bin ich der Einzige der unendliche Geschichte grauenhaft findet Nein nicht unbedingt Vor allem dieser fliegende Flohteppich das ist fürchterlich Ich bin bis jetzt ja wirklich drum rum gekommen Ernsthaft Ja Gratuliere ganz herzlich Oswald Kolle Das Wunder der Liebe auf Platz 20 Und was denkt ihr auf welchem Platz der erste Schulmädchen Report ist der erfolgreichsten deutschen Filme Auf Platz 9 Auf Platz 4 ist Otto der Film Das kann ich akzeptieren Das ist zwar gruselig aber das kann ich akzeptieren Platz 3 ist das Traumschiff Surprise Oha Platz 2 ist Winnetou 1 Okay Und Platz 1 ist der Schuh des Manitou Krass Das ist alles Es ist wenig nicht schon Naja Ja Ja Aber hier konnte ich jetzt trotzdem nichts mehr über die Zwillinge finden Er kann gar nicht so weit über der 100 sein von den Zuschauerzahlen aber ich kann leider nicht weiter gucken ich finde es nicht Das einzige was mir noch positiv an diesem Film aufgefallen ist meine ich weiß es sieht das Essen gut aus Ich hab den Film ja dann irgendwann gemacht zum 2 oder so geguckt Ja So wie ich Das liegt am Mo bis 3 Ja Aber vor allem wo sie dann in dieser Badeanstalt gedöhnt was auch immer sind und sie dann eben damit angibt wie viel sie fressen kann Ich fand das ja geil aus Ich würde das sofort alles haben wollen Ich hab wirklich Lücken Wo sie dann das Wettschwimmen machen und gedöhnt Nein Ich muss weg gewesen sein während dem Film Ich erinnere mich auch nicht an ein Wettschwimmen Doch Sie sind dann in dieser lustigen Badeanstalt und gibt diese Umkleideszene wo sie dann die 2 Weiber austauschen mehr oder weniger Ich guck den Film nochmal heute Abend Ich kann mich auch nicht dran erinnern Ich muss morgen erst 14 Uhr weg sein Da kann ich die ganze Nacht diesen Film gucken Und er gibt dann an was auf ihrem Wacker ist und das er sich bei den Füllen besiegt und so Und dann müssen sie auf dem Boot schwimmen und die andere Schwester sitzt schon auf dem Boot Und davor sind sie eben in dieser Badkneipe da essen Das sah echt geil aus So mit Spätzle und Fleisch Also können wir festhalten Dela mal Gräublex Spätzle So Ja Der Typ der das Drehbuch geschrieben hat hat natürlich auch ganz viele Drehbücher geschrieben Eins seiner letzten nach Naderwarrer Schauspieler war Ekstase der Prozess gegen die Satansmädchen Das klingt ja Als wollte ich das sehen Er hat aber auch Regie geführt zum Beispiel in Hausfrauen Report 6 Warum gehen Frauen fremd Und dann Drehbücher geschrieben für schöne Filme wie Zwei Rebläuse auf dem Weg zur Lochelei Das ist alles sehr sehr unverstörend Haie an Bord Das muss ich mal gucken Das gibt es ein Haialarm Schick Nein doch nicht Schade Ich hätte keinen solchen Schlager Heilfilm Das wäre bestimmt geil Gerade fasziniert von Titeln von Titeln wie Monika und die 16-Jährigen Gebissen wird nur nass das Happening der Vampire Frau Wirtin treibt es jetzt noch toller Also ich war mit meinen das erinnert mich an Schulmädchen Report gar nicht so falsch Die Jungen Tiger von Hongkong hat er auch geschrieben 69 Liebesspiele Der hat auch Regie geführt Das Mädel aus dem Böhmerwald Das kennt man doch oder Ja Wo ist eigentlich der Böhmerwald Ist der ein Bömen oder ist das nur so der Haare sagt Das ist schon Ich denke auch Keine Ahnung Eigentlich müsste ich ja die Ecke dahinten kennen Ja Aber sagt mir jetzt überhaupt nichts Der Böhmerwald ist eine etwa 120 Kilometer lange Bergkette die sich entlang der tschechisch deutsch-österreichischen Grenze erstreckt Also die andere Richtung Richtung Hofnaus Okay das kann sein Naja Der höchste Berg ist der große Arber Und damit wir alle Filme der Reihe erwähnt haben Also jetzt den Hausfrauenreport Da gab es 1971 Hausfrauenreport Teil 1 Hausfrauenreport Unglaublich aber wahr Im selben Jahr Hausfrauenreport Teil 2 Der neue Hausfrauenreport 72 gab es dann den dritten Teil Hausfrauenreport 3 Und den vierten Teil der keinen Untertitel hatte 73 kam dann Hausfrauenreport International und 77 folgte dann Warum gehen Frauen fremd Hausfrauenreport Teil 6 Fräulein Nein ich glaube er war nur als einziger da drauf Okay Hoffe ich Ich weiß es nicht Ja Wollen wir in dem Wahnsinn noch ein wenig fortschreiten Wir hätten ja noch einen zweiten Film Ich hätte eine kurze Pause anzumelden Okay Und wäre in einem Minute wieder da Hallo Nein Warum tun wir das immer wieder Penis Ich hatte heute ein lustiges Buch über Tentakel Oh siehst du ich habe ja auch eins gelesen Ich bin da überhaupt nicht davon ausgegangen Ich habe eigentlich eine Geisterhausgeschichte erwartet und habe angekommen Lovecraft War sehr interessant Wir könnten ja mal über Bücher reden in einem anderen Format möglicherweise Ja eventuell gäbe es da ein Konzept aber Und nein ich rede nicht von König Bube Dame Gast Nein aber ich glaube es ist ungesund wenn wir über Bücher reden Wie gesagt das waren 70 Euro fast Ich habe gemeint Ich habe es nicht gemerkt Das ist das Schlimme Ich kenne das doch weil man kauft halt das ist auch schlimm bei diesem Podcast weil wir reden ja meistens nach der Aufnahme noch ein bisschen und es vergeht kaum eine Woche in der ich nicht irgendwas dann Aber ich muss dich loben es ist nicht ein einziges dabei das scheiße ist Ach das ist doch schon mal gut Also das war gut ausgegebenes Geld auf jeden Fall Wir werden irgendwann mal drüber reden Hallo 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 Pantrian hast du in letzter Zeit mal irgendein Buch in der Hand gehabt und bist auch nur dran vorbeigelaufen Ein Buch Du meinst das was unter dem Tisch liegt damit der nicht so wackelt Ich dachte das wäre die Frau Nein die liegt auf dem Tisch und wackelt dort Ich wechsle das immer Deswegen kriege ich bei meinem Sexleben immer Splitter Ja Splitter kann man rausziehen Kinder Egal Ne ich habe kein Buch Kein Buch Nö kein Buch Ich habe noch mehrere Bücher hier liegen Aber man kommt Wenn du wählen löst es zwischen Zombie fliegen riesigen Tausenfüßlern und Riesenspinnen Was machst du als nächstes Leben Die Amazon Rezension zu irgendwelchen Insekten Sprays Ich bin gerade irgendwie schlecht auf Insekten zu sprechen Zombie Klingt eigentlich schon mal ziemlich cool Also jetzt wirklich im Sinne von Untote Fliegen Von wegen Du erschlägst sie und sie fliegen weiter Weiß ich noch nicht Oder sie beißen dich und du wirst zum Zombie Das weiß ich noch nicht Ich glaube Beides Ich hatte Auf jeden Fall jetzt letztens Einzel mit Zombie Wahlen Das war sehr cool Also das Tatsächlich Zombie Gehtiote Wahlen Das klingt cool Das hat mich an was erinnert Ich muss mich dran denken das noch zu tun Okay Stellen wir doch die obligatorische Frage um Christian Was hast du noch so gemacht in den letzten Tagen Seit wann Juni 83 Fußnägel geschnitten und Hornhaut gehobelt Ja das war bei mir das weiß ich Aber wenigstens waren es sehr gute Wurfsicheln Tja Deswegen sind die Mammuts ja ausgestorben Gehobelt bis auf den Knochen Zum Glück nicht Zum Glück nicht Ich habe genug von bis auf den Knochen Mein Finger hat immer noch kein Gefühl Was haben wir denn noch schönes Ich habe irgendwas mit meinen Blumen gemacht draußen Wächst ja Scheiß Bei mir wächst nichts Es ist so ein Kotzen Also gut Klar Was wächst ist die Zucchini Weil das ist wahrscheinlich so Zeug was du auf den Müll schmeißt und es wächst weiter Komischerweise wachsen meine Kohlrabi Denen hätte ich am wenigsten zugetraut Weil Kohlrabi im Blumenkasten Aber es funktioniert Wer sehr sehr auf sich warten lässt dieses Jahr sind Paprika und Chili Gut Dann bin ich beruhigt Meine machen nämlich überhaupt nichts Es bleibt noch alles schwer klein Ich Tomaten Die Tomaten die ich selbst gesät habe die kommen auch noch nicht Die sind auch noch schwer klein Die sind bei mir schön geworden Die gehen jetzt ab Aber die versprochenen Melonen werde ich dir nicht mit schicken können Das bleibt platt gestreut Die ist ja auch in München hat uns nicht mehr lieb Das hat jetzt im Moment gedauert Meine Tomaten sind so klein Ich habe es auch jetzt umgetopft die Tage so kleine Blötchen kommen Was richtig geil kommt Ich habe Lauch einfach ein bisschen höher abgeschnitten verwerten und wieder eingesteckt Ich habe hier eine Flasche stehen mit Lauch Und der wächst wie bekloppt Das ist geil Kann sie jeden Tag zugucken Einfach in Erde gesteckt Genau Einfach in Erde Wenn du jetzt im Supermarkt welchen kaufst Dann empfiehlt sich wenn du zwei Tage in Wasser ziehen lässt damit Wurzeln wieder kriegen Manchmal haben die noch Wurzeln Ob sie dich bescheißen oder nicht Aber im Normalfall zwei Tage in Wasser stellen dann haben die gute Wurzeln kannst einsetzen Und dann einfach in so eine zwei Liter Cola flasche machst mit Erde voll und und die Lauchstange ein Solltest der hinkriegen Du kannst einen Topf nehmen Das geht auch Genau Und schmeißt dann einfach Erde oben drüber Ja Cool Wird getestet Und meine Kräuter wachsen auch schön Es kommt drauf an Ich bin mir nicht ganz sicher was da wächst Ich hab da zwei Sachen gesät und eins davon kommt Ich muss mal gucken was das wird Und was ich hier so ganz früh im Jahr schon gesät hatte in so kleine Töpfchen Also die Brunnenkresse kommt geil Der Dill kommt auch immer besser Und das dritte wächst und gedeiht Es sollte Lavendel sein aber es ist definitiv kein Lavendel Es sieht aus wie Tomaten Pflanzen aber Tomaten riechen ja auch ist es nicht Ähm Ähm Ne Ne Es ist Wenn es mir wieder einfällt schreie Aber Naja Und bei mir Die Kräuterfraktion ist sehr zwiegespalten So mein Basilikum und Petersilie und gedönst das geht halbwegs Aber zum Beispiel mein Oregano ist komplett schrutt Okay Und Pinian und Rosmarin wuchert wie Sau Also mein Oregano und Majoran kommen schön Ähm Mein Thymian habe ich mir jetzt einen neuen gekauft und eingepflanzt Der ist jetzt schön Der alte ist ein sehr trockener Busch gewesen Also irgendwie der gut der hat aber auch schon einige Jahre auf dem Buckel Wir bleiben beim Thema Ja Uschi Glas Und Und äh ja Und mein Spinat Oh Ich habe so kleine äh wilde Rauke Die kommt auch schön jetzt hoch Unkraut Das ist Unkraut Das kommt immer Ich bin beim Estragon bin ich nicht ganz sicher aber sonst ja Mein Basilikum hat überhaupt keinen Bock Der bleibt so anderthalb Ja Der bleibt so anderthalb Zentimeter klein Äh die Petersilie genauso was mich ein bisschen wunderte und dieser ganze Quatsch wie Kapuziner Kresse und sowas Da gucken wir jetzt mal Das keimt ganz eifrig Das war letztes Mal in Ordnung Mal gucken was es dieses Jahr sagt Also ich würde beim Basilikum sagen Kauf dir einen im Supermarkt Den habe ich sowieso auf der Fensterbank stehen Schneid ein zwei Ästchen ab und stell sie ins Wasser und dann vergisst sie einfach mal zwei drei Wochen und dann haben die nämlich Wurzeln wie ein feuchter Busch und wenn die einpflanzt also die Die wachsen meistens erheblich besser als wenn du siehst Okay Ich wollte jetzt halt den ganzen gekauften weil der steht jetzt halt nur rum auf der Fensterbank mal einsetzen und was größeres Das hat bisher auch ganz gut funktioniert dass das Wuchert Einzige was auch wieder absolut nicht will und ich versuche es jedes Jahr und es klappt nie ist Minze Egal ob wenn ich so einfach ein Glas Wasser stelle gekaufte und Wurzeln machen lasse Ich verstehe es nicht Minze ist doch so anspruchslos die Wüchsle Ich weiß es nicht Wobei die Zitronenmelisse die daneben steht die wuchert und gedeiht prima meinem Gärtner Kollegen ist auch die Minze ständig eingegangen weil sie viel zu wenig Licht bekam Der hat sie auf dem Nordbalkon stehen gehabt und das war schon zu finster Das kann schon sein das war zu finster aber wie gesagt eigentlich die Zitronenmelisse braucht genauso viel Licht und steht im selben Topf und setzt die Schild Ich habe die auch im selben Topf die wuchern beide wie verrückt das einzige was nicht so wuchert ist die Erdbeerminze aber die wuchert grundsätzlich nicht so die ist da sehr harmlos was ich noch habe ist im Wintergarten zwischen den Steinplatten die da unten liegen wächst etwas raus und ich vermute es sind Sonnenblumen weil im Winter hatte ich wenn ich die Vögel gefüttert habe da immer den Sack mit den Sonnenblumen kern wenn ich wüsste ich sie mit Wurzeln da raus kriegen würde ich es machen aber ich lasse die einfach da wachsen wo sie wachsen die buchern bei mir jetzt auch die habe ich in Blumenkisten und Kübel gesät einfach um einen Sichtschutz zu Nachbarn bauen zu können und das wächst auch schön als Sichtschutz bieten sich auch immer Zuckerschuten an da kannst auch täglich zugucken wie die in Zentimeter größer werden das muss ich mal testen und sie schmecken gut ja mhm dann Vielen Dank.